Was ist SmartCap IQ? Stellen Sie sich ein Ultra-HD-Display mit integriertem Whiteboard zur Multiway-Kollaboration vor. Auf allen mobilen Endgeräten und überall auf der Welt gleichzeitig. Mit SmartCap IQ kann jeder, ob er sich im Klassenraum befindet oder in einer Besprechung, sehen, was in Echtzeit geschrieben wird. Das ist jedoch noch nicht alles. Jeder kann auf dem Display und von seinem Gerät aus mitmachen. Das Geschriebene erscheint sofort auf dem Display und auf allen Geräten. Echte Multiway-Kollaboration und die Arbeit kann jederzeit als Snapshot oder sogar bei Evernote gespeichert werden. Durch die Presence Detection des Displays ist Ihr SmartCap IQ einsatzbereit, sobald Sie den Raum betreten. Alle Ihre Ideen und Konzepte sind nur noch einen Stift weit entfernt. Sobald Sie zusätzlich ein Android- oder iOS-Gerät per Bluetooth verbunden haben, startet das sofortige Live-Multiway-Whiteboarding und die Kollaboration auf jedem mobilen Endgerät. Nutzen Sie als Teilnehmer einfach die SmartCap-App für iOS oder Android oder Ihren Internetbrowser. Dadurch, dass SmartCap IQ ausschließlich auf Bluetooth aufsetzt, wird kein IT-Support benötigt, da SmartCap IQ nur ans Stromnetz angeschlossen werden muss. SmartCap IQ ist nicht nur ein Whiteboard. Es ist das weltbeste Ultra-HD-Display. Silk Touch. Ihre Finger gleiten sanft über die Oberfläche und ermöglichen so präzises und sauberes Arbeiten mit dem perfekten Komfort. Smart Ink. Das Schreiben am Display ist natürlich und das Schriftbild sieht besser aus. Pen ID. Die Anwender können direkt und unabhängig voneinander mit zwei Farben arbeiten. Object Awareness. Die intuitivste Art zwischen dem Finger, Markieren und Verschieben, dem Stift, Schreiben und der Handfläche, Löschen zu unterscheiden. Four Touch. Zwei Anwender können gleichzeitig Gesten wie Zoom oder Rotation zur selben Zeit durchführen. 4K-Ultra-HD. Ein haltbares, kommerzielles, spiegelfreies LED-Panel für brillante Bilder und Text in 4K-Ultra-HD-Auflösung. SmartCap IQ gibt es in drei Variationen. Als reines SmartCap IQ, ganz ohne gebundelte Smart Software, nur mit den Treibern und Smart Ink. Als Education-Variante, gebundelt mit der Smart Notebook Software. Und als Enterprise-Variante, hier gebundelt mit Smart Meeting Pro. Nachdem das Whiteboard neu erfunden wurde, bringt Smart jetzt ein leistungsstarkes neues Display auf den Markt. Jetzt kann jeder seinen Beitrag zu einem Meeting leisten. Von überall und von jedem Gerät aus. Wir möchten Ihnen SmartCap IQ vorstellen. Das Display wurde neu konzipiert. Es ist ganz einfach. Verbinden Sie Ihr Smartphone, laden Sie Ihre Kollegen ein und beginnen Sie mit der Arbeit. Multiway Inking bedeutet, dass sich Teammitglieder aktiv an der Unterhaltung beteiligen können, ganz gleich, wo sie sich befinden. Dazu brauchen Sie nur einen Stift oder Ihren Finger. Es ist auch einfach, eine Idee an eine andere Stelle zu bringen. Erfassen, speichern und teilen Sie Ihre Arbeit ganz mühelos. Und machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Wann immer Sie möchten. Cap IQ wurde nicht einfach nur als Whiteboard konzipiert. Es ist zudem ein atemberaubendes Ultra-HD-Display mit der patentierten Touch- und Digital Ink-Technologie von Smart. Sie haben nicht einfach nur ein Frontroom-Display vor sich, sondern ein einfaches, aber leistungsstarkes Werkzeug zur Zusammenarbeit. Ihr Team bleibt stets auf dem Laufenden und zieht am gleichen Strang. Ganz gleich, wo Sie sich befinden, auf welche Weise oder wie schnell das Team arbeitet. SmartCap IQ Das Display für die vernetzte Welt Wenn SmartCap IQ zu Ihnen geliefert wird, ist die Inbetriebnahme ganz einfach. Das Smart-Display und die AM30 Appliance auspacken, die AM30 Appliance in den vorgesehenen OPS-Einschub an der linken Seite des Smart-Displays einstecken und das System einfach mit Strom verbinden. Schon können Sie Ihr SmartCap IQ verwenden. Das SmartCap IQ System hat über die AM30 Appliance an der linken Seite einen Hauptschalter für den Strom. Fassen Sie mit dem Finger an die Unterseite der AM30 Appliance und Sie können den Hauptschalter einfach umlegen. Nach einer Initialisierungsphase des Displays steht Ihnen SmartCap IQ zur Verfügung. Um Ihr mobiles Apple- oder Android-Gerät jetzt mit dem SmartCap IQ System zu verbinden, muss lediglich die SmartCap App auf dem mobilen Gerät gestartet und der angezeigte QR-Code eingelesen werden. Als Ergebnis sind dann das mobile Gerät und SmartCap IQ direkt per Bluetooth verbunden. Sie können jetzt einfach Inhalte erstellen. Nehmen Sie einen der beiden Stifte von der Stiftablage des SmartCap IQ Systems und beginnen Sie mit dem Schreiben oder Skizzieren. Alles, was Sie jetzt an Inhalten erstellen, erscheint nicht nur auf dem Smart-Display, sondern auch zeitgleich auf dem per Bluetooth verbundenen mobilen Gerät. Benötigen Sie mehr Fläche für Ihre Ideen? Kein Problem! Nutzen Sie Ihren Finger und wischen Sie einfach von rechts nach links, um Ihre Whiteboard-Fläche zu erweitern. Wischen Sie mit dem Finger wieder zurück von links nach rechts, um die vorherige Whiteboard-Fläche einzublenden. Sollen erstellte Inhalte wieder gelöscht werden, können Sie entweder den Stift umdrehen und als Radiergummi verwenden oder alternativ einfach die Handfläche nutzen. Neben dem einen direkt per Bluetooth mit dem SmartCap IQ System verbundenen mobilen Endgerät können jetzt weitere Teilnehmer eingeladen werden. Dazu berühren Sie das entsprechende Symbol in der SmartCap-App. Die Option Send Link ermöglicht es jetzt, das Programm auszuwählen, mit dem Sie den Link versenden wollen. In der Regel Ihr Standard-E-Mail-Programm. Geben Sie den bzw. die Empfänger ein und senden Sie die Einladung so an weitere Teilnehmer. Diese erhalten jetzt einen Link, der einfach angewählt werden kann. Handelt es sich bei dem verwendeten Gerät um ein Apple- oder Android-System, startet die jeweilige App automatisch. Sonst wird eine Web-App in Ihrem Browser ausgeführt, um sich mit dem SmartCap IQ System zu verbinden. Ist man auf diese Weise remote mit dem SmartCap IQ System verbunden und verfügt man selber über ein eigenes SmartCap IQ System, lässt sich dieses aus der App heraus über den QR-Code des eigenen SmartCap IQ Systems verbinden, sodass zwei oder mehrere SmartCap IQ Systeme auch direkt miteinander genutzt werden können. Die kostenlose SmartCap App gibt es nur für Apple- und Android-Geräte in den jeweiligen App-Stores. Die SmartCap App verfügt über dieselben Werkzeuge wie Ihr SmartCap IQ System. So lässt sich der schwarze oder der rote Stift aktivieren und für Annotationen nutzen. Der Schwamm löscht die Tinte wieder und mit dem letzten Symbol lässt sich der aktuelle Ausschnitt verschieben. Soll der Name der Session angepasst werden, so reicht ein Doppeltipp in den Session-Namen. Jetzt kann einfach ein neuer Name über die Bildschirmtastatur angegeben werden. Weiterhin ermöglicht Ihnen die App, das aktuelle Bild auf Ihren mobilen Endgeräten zu speichern, als PDF zu teilen oder auf Ihren Evernote-Account hochzuladen. Verbindung Trennen löst ebenso wie ein längerer Druck auf das entsprechende Symbol des SmartCap IQ Systems die Bluetooth-Verbindung mit dem aktuellen Gerät wieder auf und ermöglicht so, dass sich ein anderes Gerät über die App mit dem SmartCap IQ System verbindet. Sollten Sie direkt über Bluetooth mit dem SmartCap IQ System verbunden sein, so können Sie weitere Teilnehmer einladen. Das Fotosymbol macht, genau wie das entsprechende Symbol des SmartCap IQ Systems, einen lokalen Screenshot auf das per Bluetooth verbundene Gerät. Mithilfe des letzten Symbols gelangen Sie zu den entsprechenden Snapshots, die sich hier schnell auswählen und ebenfalls als Bild speichern, als PDF teilen oder auf Evernote hochladen lassen. Gespeicherte Snapshots können Sie jetzt zum Beispiel Der QR-Code des SmartCap IQ Systems sorgt dafür, dass die gespeicherte Session wieder zurückgespielt wird. Trennen Sie die Verbindung wieder, können Sie von dem Startbildschirm der SmartCap App auch direkt auf die Einstellungen der App zugreifen. So lässt sich hier zum Beispiel Ihr Evernote-Konto hinterlegen. In den erweiterten Einstellungen können Sie unter anderem auch ein SmartCap-System manuell statt über den QR-Code verbinden. Sie erhalten in dem Bereich Diagnostische Informationen, Angaben über die Seriennummer oder die Modellnummer Ihres Systems, sowie die Firmware-Version. Außerdem können Sie festlegen, ob über Ihre SmartCap-App auch ein SmartCap IQ System aktualisiert werden soll. Weiterhin können Sie einen statischen Link und einen Kennwortschutz verwenden. Der Bereich Hilfe öffnet den jeweiligen Browser und ruft die Online-Hilfe auf. Möchten Sie Informationen erhalten, wer SmartCap IQ Systeme verkauft, hilft Ihnen die Händlerübersicht weiter. Ein kleines Tutorial führt Sie in die SmartCap App ein. Info zeigt Ihnen unter anderem die Programmversion der SmartCap App. Mit Feedback und Support können Sie eine Rückmeldung geben, welche Features Ihnen eventuell noch fehlen. Sollten Sie nicht über ein Apple- oder Android-Gerät verfügen, wird nach Anwalt des Links aus der versendeten Einladung automatisch der Standard-Webbrowser Ihres Systems geöffnet und die entsprechende Seite aufgerufen. Wurde auf die Sitzung ein Kennwort gesetzt, so muss dieses zunächst eingegeben werden. Neben der Darstellung des Inhalts des SmartCap IQ Systems können Sie auch in der Web-App die bekannten Zeichenwerkzeuge nutzen. Der dargestellte Inhalt lässt sich als PDF-Dokument oder als Bilddatei lokal speichern. Über den Bereich Snapshots haben Sie Zugriff auf eventuell bisher gespeicherte Ergebnisse. Das SmartCap IQ-Display verfügt über diverse Tasten auf der linken unteren Frontseite. Neben der Taste, das Display in den Ruhezustand zu bringen oder dieses ohne Presence Detection wieder aus dem Ruhezustand aufzuwecken, können Sie hier die Eingangsquelle für das Bildsignal von HDMI 2 OPS auf HDMI umschalten, um zwischen SmartCap IQ und einem angeschlossenen Computer zu wechseln. Die Stummschalt-Taste deaktiviert die Soundausgabe bzw. aktiviert diese nach nochmaliger Betätigung wieder. Mithilfe der Plus- und Minus-Tasten lässt sich dann die Lautstärke des Displays regulieren. Wenn Sie den grünen Statuskreis in der Anzeige des Displays rechts unten mehrfach antippen, kommen Sie in den Bereich Diagnose des SmartCap IQ-Systems. Hier lässt sich unter Info zum Gerät unter anderem auch die Seriennummer des SmartCap IQ-Systems oder diverse Firmware-Versionen auslesen. Unter Diagnose kann beispielsweise mit Touch und Kalibrierung das SmartCap IQ-System neu ausgerichtet werden, um gegebenenfalls die Präzision bei Berührung oder Schreibvorgängen zu erhöhen. Mit Sprache lässt sich nach Anwahl der aktuellen Sprache diese auf Englisch, Spanisch, Französisch oder Chinesisch ändern. Die unmittelbar über den Stiften eingeblendeten Symbole dienen dazu, das Diagnose-Menü wieder zu verlassen. Die unmittelbar über den Stiften eingeblendeten Symbole dienen 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 Symbole di 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 Symbole di